Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Wie kann ich hier mit Matrizen rechnen? Und zwar möchte ich jetzt hier mal diese 2x2 Matrix mit dieser weiteren 2x2 Matrix multiplizieren. Wie geht sowas? Dazu drücke ich hier einfach wieder auf mein Menü. Will jetzt hier ins Matrixmenü rein gehen, ist hier die 4, drücke hin. Jetzt habe ich zur Auswahl 4 Matrizen, die kann ich einzeln definieren. Ich möchte jetzt hier die Matrix A definieren, also ich sage, diese Matrix soll meine Matrix A sein. Also das hier ist meine Mat A. Also drücke ich die 1, dann sage ich Anzahl der Zeilen, ja das ist 2, Spalten sind auch 2. So dann schreibe ich rein 1, 2, 3 und die 4. So dann habe ich jetzt diese Matrix definiert, dann drücke ich hier auf AC. Dann möchte ich aber noch die zweite Matrix definieren. Dann drücke ich hier wieder auf mein Opt, dann auf die 1 für definieren. Ich möchte definieren die Matrix 2, also die Matrix B. Sie sieht hier die 2, das ist auch 2 Zeilen, 2 Spalten. Also das soll hier meine Mat B sein. Das ist dann 1, 3, 4, 5. So dann habe ich das eingeben, so jetzt bin ich in diesem Feld. Dann drücke ich hier wieder auf Opt, dann sage ich, ok, Matrix A will ich jetzt haben, mal, einfach mal drücken. Dann rufe ich mir hier wieder mit Opt das Menü auf, dann sage ich, ok, ich will jetzt hier die Mat B haben, also die zweite Matrix. Ich drücke hier drauf und drücke hier drauf und drücke ist gleich und zack, habe ich hier meine Matrix 9, 13, 19, 29. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem Plus. Da braucht er einfach nur statt dem Maler ein Pluszeichen und wenn die Matrix größer wird, funktioniert das Ganze natürlich ebenso. Der kann Matrizen von 4 auf 4 rechnen, ohne weitere Probleme. Ebenso gehen auch die Determinante, das zeige ich euch auch jetzt schnell, wie ihr die Determinante berechnet. Dazu müsst ihr auf Opt gehen, dann hier auf die Determinante. Seht ihr hier, sie transponiert ebenfalls noch, geht hier auf die 2. Jetzt müsst ihr hier die Matrix A zum Beispiel hier reinholen. Ja, jetzt habe ich mich verdrückt. Also hier nochmal Opt, dann auf die 3 für Mat 3. Dann habt ihr hier so und dann die Determinante ist von dieser Matrix 2, minus 2. Könnt ihr hier überprüfen, einmal 4, minus 2, minus 3 mal 6, also 4 minus 6 ist minus 2, passt. So könnt ihr die Determinante noch bestimmen. Die transponierte, weil wir gerade dabei sind, wieder hier runtergehen mit Option, dann auf Transponierte. Ja, die 3. Jetzt will ich wieder Format Matrix A haben. Matrix A mit der 3 hineinschreiben, dann ist gleich. Und die transponierte bedeutet, Zeile wird gleich Spalte. Also seht ihr, passt. Hervorragend, jetzt noch zu invertieren, wie kann ich diese Matrix A invertieren. Dazu muss ich hier einfach wieder diese Matrix, mich hineinrufen. Also Mat 1 und dann brauche ich hier dieses hoch minus 1 Zeichen. Und dann Enter und zack, habe ich hier diese Inverse meiner Matrix. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei 3 Kreuz. 3 oder 4 Kreuz. 4 Matrizen, keine Sorge, müsst ihr nur größer einfach dimensionieren. So, ich hoffe, mein Video, wie ihr Matrizen, Plus nehmen, Mal nehmen, Determinante, Transponierte, Inverse bilden könnt mit diesem Taschenrechner. Hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.